Nein, 0,1 Sekunden, oh weh. Oh nein, Anubis geht. Yes, perfect. Das war mein Bad. Ich bin am Ende zu Creedy reingedasht einmal. Wenn ich rausdasche, dann krieg ich die Millisekunde noch. Die fehlt, dass ich mein W bekomme, um die Syndra-Ulti die letzten zwei Kugeln zu blocken. Ist natürlich trotzdem super worth it, aber hätte man noch besser machen können. Ich weiß nicht, ob das Bild wüsste schon, ob er Defted Thelmet besser ist. Ich glaube, er ist Defted Thelmet. Ist nur ein CDR-Overcamper schon. Abgeholt! Ja, voilà! So kennen wir ihn. Oh, Minion! Geht so rein, sieht er noch. Aber ganz ohne Probleme. Denner ist aber auch schon ziemlich gut gegen die Gegner, ne? Ja. 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 Ja.